So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Special. Müssen wir mal ein bisschen lesen. Tut mir echt leid. So, jetzt kommen wieder Girls Go. Ja, das ist mein Ordner. Ähm, wegen der kurzen Aufnahme. Ich merke immer nicht wegen dem... Äh, wegen dem, äh, sag mal schnell. Äh, wegen der Zeit. Entschuldigung. Tut mir echt leid. Muss ich halt immer machen. Und ich werde darauf jetzt mehr achten. Der ist süß. Oh, Cross-Eyes süß. Oh, der ist wirklich süß. Bester, Bester. Tschüss. Girls Go. Also, bitte kick nicht, Freak. Ey, Freak. Sag mal bitte nicht Hurre. Also, ich weiß, was du meinst. Aber das kann ich ja jetzt nicht so sagen. Dann muss ich so Piep machen. Tschüss, Schalina. Oh, lecker Lolli. Yummy Lolli. Und jetzt müssen... Girls Go. Go, 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 go. Oh, hier sind schon wieder die Nächsten am Start. Also, ich glaub's ja wohl nicht. Nein, nein. Doch nicht den. Leute, mal ganz ehrlich, ne? Warum kickt ihr mal die süßesten Boys von allen? Wen hab ich jetzt... Ich weiß gar nicht. Hä? Äh, Boys Go. Boys Go. Äh... Boah, keine Ahnung, wie hat man den bei mir gewonnen. Oh, der sieht auch eigentlich ganz süß aus, ne? Was hat den jetzt geschenkt? Dieter. Ja, Crosser. Tschüss, Lima. Tschüss, Lima. Tschüss, Berlin. conducting, Tschüss, entra. Tschüss, mit einem Schmalen, man mit, zum Beispiel, Punkt mm. Tau. Oh, die sieht ganz gut aus. Nur, die müsste so Ohrenschützer wie ich haben. Ich setz mich erst mal hin. Ich will einen Lolli haben. Gib mir einen Lolli. Gib mir einen Lolli. Ich will einen Lollipop. Ich bin ein Lollipop. Ich bin ein Lollipop. La 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 la. So, diesmal ist Boyz Go angesagt. Boyz Go. Nö, du kriegst kein Recht, obwohl du richtig süß bist. Ich und Pikachu haben gewonnen. Ihr kriegt keine Preise. Ey, Crosser, das sage ich, Mann. Ich bin Chef. Du Vollidiot. Boyz Go. Boyz Go, Go, Go. Tschuldigung, Momo. Bye, bye. Nach meinem Geschmack müsste der Freak eigentlich... Tut mir echt leid, das sagen zu müssen. Den... Tschüss, Rosa. Okay. Bye, bye. So, die letzte Chance. Wer rein will zu mir. Tschüss, Pikachu. Nein, die ist doch voll süß. Ey, Technoboy-Loll. Du bist so dumm. Ganz ehrlich, Entschuldigung, ja? Aber du hast keinen Geschmack, Mann. Das riecht nicht auf. Ich wollte sorgen, glaube ich, raus. Nein, es wird immer jeder gekickt. Tschüss, ey. Sehr gut. Boyz Go. Ja. 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 Und so. Äh, und dann noch... Go, go. Go, go. Lucky, lucky, huh. Get your body shape. Hey, hi, 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 hi. Also, den finde ich ganz persönlich nicht so gut jetzt. Okay. Okay. Sagst du, eine Runde geht noch? Eine Runde geht noch, sagst du? Ich sag noch, eine Runde geht, Leute. Eine Runde noch. Und dann ist leider das ganze Special wieder vorbei. Tschuldigung. Ups, da sitzt er ja noch drin. Alle rein, 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 rein. Leute, kommt schon. Okay, vielleicht doch noch ein Holger. Vielleicht... Vielleicht... Hm. Ich bin Babyschlumpf. Kann nicht rein. Na! Ah, guck mal, voll geil. Alle Gürtel. Iiiiih, guddi, 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 guddi. Weil du irgendwie merkwürdig aussiehst. Warum kickt du mich? Kann nicht rein? Nein, Mann! Ihr könnt alle nicht rein! Nein, 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 nein. Den würde ich nehmen. Schau dich an. Darf ich rein? Nein, Leute, ihr dürft nicht rein. Hier sind zwei Leute drin. Dann kick ich den mal. Einer darf jetzt rein. Tja, schlafen dann. Tschüss, du Opferkind, ey. Komm rein, Carly. Komm rein. Nee, weißt du, weil die einfach süß aussieht. Oh, Maxi. Oh, ist die süß! Oh, die ist irgendwie süß, ne? Außer von mir unter Hause. Äh, ich kenne nur eine Mami. Ich weiß nicht, was eine Maxi ist. Äh, Maxi muss zu den Jungs. Maxi! Maxi, geh. Sonst gibt's einen Kick. Wo ist Lala? Ich hab keine Ahnung, wo Lala ist. Bye, bye. Tschüss! Oh, Freak hat noch nicht mehr eine Ahnung. Hallo? Hallo? Mama. Tut mir leid, Carly. Nein. Ach ja, und es heißt mal wieder, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!